5 Uhr die Nachrichten. Nach der Messerattacke von Würzburg hat Bundesinnenminister Seehofer politische Defizite bei der Flüchtlingsintegration beklagt. Wenn ein junger Mann sechs Jahre in einem Obdachlosenheim lebe, ohne dass jemand hinschaue und sich kümmere, könne er mit der Politik nicht zufrieden sein, sagte der CSU-Politiker der Augsburger Allgemeinen. Bund und Länder sollten gemeinsam überlegen, ob die Integrationsbemühungen verstärkt werden müssten. In Würzburg hatte ein 24-jähriger Mann aus Somalia, der in Deutschland unter subsidiärem Schutz steht, Passanten mit einem Messer angegriffen. Drei Frauen wurden getötet. Der Angreifer sitzt wegen dreifachen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 808 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 208 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des RKI auf 5,2 gesunken. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 56 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Der Abzug der letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan ist abgeschlossen. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Abend in Berlin mit. Die noch verbliebenen 570 Bundeswehrangehörigen verließen das Feldlager in Masar-i-Scharif in mehreren Militärflugzeugen. Der Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan hatte Anfang Mai offiziell begonnen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte zum vollendeten Abzug der Bundeswehr, ein historisches Kapitel gehe zu Ende. Im Dezember 2001 hatte der Deutsche Bundestag auf Antrag des damaligen Bundeskanzlers Schröder mit großer Mehrheit das erste Mandat für die deutsche Beteiligung an der internationalen Schutztruppe für Afghanistan beschlossen. Seit eben waren rund 160.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten dort eingesetzt, in der Regel jeweils für vier bis sechs Monate. 59 von ihnen kamen ums Leben. Nach Angaben des Auswärtigen Amts hat der Einsatz allein bis 2020 über 12 Milliarden Euro gekostet. Deutschland stellte nach den USA die zweitgrößte Truppe in Afghanistan. Im Schwarzen Meer haben russische Kampfflugzeuge wiederholt eine niederländische Fregatte überflogen und dem Tiefflug Angriffe simuliert. Das teilte das niederländische Verteidigungsministerium mit. Der Vorfall habe sich in der vergangenen Woche südöstlich der Krim ereignet. Verteidigungsministerin Beilefeldt-Scholten nannte das russische Manöver unverantwortlich. Es gebe keinerlei Rechtfertigung für diese Art von aggressivem Verhalten. Der Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem Russland behauptet hatte, Warnschüsse auf einen britischen Zerstörer abgegeben zu haben. Großbritannien bestritt dies. Niederländer und Briten patrouillierten gemeinsam im Schwarzen Meer. Bundespräsident Steinmeier bricht heute zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Israel auf. Steinmeier wird sowohl mit dem scheidenden Staatspräsidenten Rivlin als auch mit seinem Nachfolger Herzog Gespräche führen. Geplant sind zudem Treffen mit dem neuen Regierungschef Bennett sowie mit Außenminister Lapid. Ein zentrales Thema dürfte die angespannte Lage in Nahost sein. Im Mai hatten Israel und militante Palästinenser einen elftägigen militärischen Konflikt rund um den Gaza-Streifen ausgetragen. Die Eskalation der Gewalt hatte in Deutschland zu israelfeindlichen und antisemitischen Protesten geführt. Steinmeier hatte dies verurteilt. Ursprünglich hätte der Staatsbesuch Steinmeiers bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Er wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben. Deutschland ist im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft ausgeschieden. Die Mannschaft verloren 0 zu 2 gegen England im Londoner Wembley-Stadion. Es war das letzte Spiel unter Bundestrainer Löw. Er hatte bereits vor dem Turnier angekündigt, seine Karriere nach 15 Jahren zu beenden. England trifft im Viertelfinale am Samstag in Rom auf die Ukraine. Die ukrainische Mannschaft hatte am Abend das Achtelfinale gegen Schweden mit 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen. Das Wetter. Viele Wolken nur in der Mitte und im Südosten hin und wieder Sonnenschein, gebietsweise Schauer und Gewitter, dabei vor allem im Nordosten erneut Gefahr von Unwettern mit Starkregen. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. Auch morgen vielfach stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. 17 bis 24 Grad. Die Aussichten am Freitag wechselnd bewölkt im Westen auch sonnige Abschnitte. 19 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten. Mehr Informationen in den Apps DLF Nachrichten und DLF Audiothek.